willkommen zu einer neuen folge pokémon go und es ist jetzt genau 5 uhr 32 die nacht war so genial die nacht war so hammer wir haben uns gestern schon in der telegram gruppe ausgetauscht über alles was bekannt wurde über alles was neu angeteasert wurde alles was gepostet wurde und es war so unglaublich der hype ist brutal der hype ist real der hype ist ich kann es jetzt kaum erwarten bis es endlich 10 uhr ist und den meisten anderen ging es genauso einfach ein ding war dabei es wurde ein shiny relaxo gepostet und shiny relaxo soll kommen dann hieß es wieder nee das war doch fähig shiny relaxo also wieder rausgenommen alle sind schon komplett durchgedreht aber es ist so viel neues da und wer sich selbst überraschen lassen möchte der guckt jetzt einfach weg oder schaltet das video aus oder wie auch immer aber ich möchte euch nur kurz mal zeigen worauf ihr achten müsst oder achten könnt oder achten solltet oder was auf euch zukommt eigentlich wollen wir nicht so viel verraten aber es wird so viele neue shinies geben einfach nur und so coole shinies vor allem und jedes habitat was auftaucht kriegt ein eigenes neues shiny dazu also ihr habt jede stunde die möglichkeit ein neues shiny zu bekommen und die pokémon der habitate sind bekannt alles ist bekannt so viel ist bekannt bevor ihr um 10 uhr losgeht solltet ihr wissen worauf ihr euch einlasst und worauf ihr achten solltet noch mal vielen dank an pogefans.net die haben sich wirklich die aufgabe da gemacht haben so eine schöne übersichtsseite erstellt für das pokémon go fest 2020 haben in der nacht immer wieder aktualisiert immer wieder wenn das bekannt war wenn das bekannt war wenn das mit dem relaxo haben die auch rein gehauen und dann haben sie es wieder raus gestrichen also alles gut ne wir haben jetzt hier also noch mal dieses bild zum go face 2020 ihr habt hier so einen leitfaden da könnt ihr so durch scrollen können da drauf drücken aber zuallererst ich drehe durch es gibt neu veröffentlichte pokémon zum beispiel viktini von dem man ja schon gehört hat mit dem man schon gerechnet hat seht ihr hier viktini wird wohl teil der spezialforschung werden wie es ausschaut aber erst am zweiten tag im zusammenhang mit team go rocket deswegen ein paar beleber oder top beleber vielleicht mitnehmen und ansparen da müsst ihr sicherlich ein bisschen kämpfen können dann wohl viktini bekommen befreien wie auch immer und rotom wird veröffentlicht wurde veröffentlicht in der waschform wohl aber nur aus schnappschüssen jetzt weiß ich nicht wie das ist mit ticket ohne ticket meiner meinung nach kriegt ihr das nur mit ticket ohne ticket gibt es das nicht ist also auch schon mal ein unterschied viktini spezialforschung mit ticket ohne ticket gibt es das nicht so aber rotom hat auch keiner auf dem schirm gehabt rotom gibt es aus den aus den schnappschüssen also achtet drauf macht fotos solltet ihr sowieso immer mal machen immer mal gucken in letzter zeit sind immer so viele sachen über schnappschüsse reingekommen oder bei den schnappschüssen ist was anderes aufgetaucht und ihr wollt ihr eure medaillen noch auf gold machen ich hoffe die hat noch niemand auf gold weil die einfach so mies ist mit mit farbigel und deswegen nimmt man das gerne mit wenn da mal am community day fünf stück einfach so hinterher geschmissen werden das auf jeden fall schon mal cool viktini und rotom neu jetzt kommen aber gleich die richtig krassen sachen nochmal neue shinies und guckt euch mal diese liste an guckt euch an wie brutal das ist ich weiß nicht wie so pummeluf jetzt hier drauf steht in dem sinne ist das ja nicht neu das gab es ja schon aber es ist wohl jetzt dann in der wildnis während des go fest ist zumindest anzutreffen so dass ihr das direkt erscheine fangen können wo ihr das sonst nur über das baby entwickeln konntet ganz wichtig aber die verschiedenen habitate eben geht das überhaupt jetzt auf ähm ihr habt das pflanzenhabitat da wird es tangela geben ihr könnt im pflanzenhabitat visa sam antreffen mit diesem pikachu visor was shiny sein kann das ist aber kein neues shiny in dem sinne weil visa sam als shiny gab es ja auch schon es ist neu mit diesem visor dran visor da hängt ein anderes pokémon am kopf also im prinzip ja aber halt ein pikachu also aber im pflanzenhabitat wird es tangela geben was ihr dann zu tangolos weiterentwickeln können und dieses blaue nudelmonster ist dann auf einmal ein grünes nudelmonster also das ist richtig genial das sieht sehr fresh aus im wasserhabitat wird es baldorfisch geben ohne entwicklung aber von diesem grünen baldorfisch zu einem pinken rosanen baldorfisch sieht auf jeden fall auch richtig cool aus richtig genial aus dann was sehr überraschend war es hieß ja die ganze zeit es wird keine kontinentalen geben plötzlich sind doch zwei kontinentale da nämlich furnifras und vermikula die weltweit beide grad dann verfügbar sind und sogar direkt in ihrer shiny version furnifras wird es also aus dem feuer habitat geben während ihr vermikula aus dem kampf habitat bekommen könnt ihr habt also zwei stunden zeit heute furnifras zu getten zwei stunden zeit für vermikula zwei stunden für baldorfisch zwei stunden für tangela und im freundschafts habitat gibt es noch flecknoil und fletiamo die weiterentwicklung davon merkt euch das halt wenn ihr im rezip schon alle pokémon habt und nichts wirklich braucht dann geht auf shiny jagd und guckt wirklich selbst wenn ihr nur andrückt weiterlauft andrückt weiterlauft dass ihr in jedem habitat das entsprechende shiny mitnehmt am besten halt mehrere für die familie wo es eine entwicklung gibt und was noch richtig brutal ist shiny incognito es sieht wohl so aus als gäbe es nur zwei buchstaben aber beide können shiny sein aber beide können shiny sein passen natürlich die buchstaben g und o also go wie go fest nutzt rauch nutzt alles nutzt module nutzt was ihr zur verfügung habt zwei incognito als shiny buchstaben richtig krass die anderen sachen alle dabei die kontinentalen auch hier über die die neuen kostumierten pokémon und ihr habt natürlich bisersamen glumanda schiggy mit visor ach visier nicht visor jetzt weiß ich auch wieso das so dumm klingt mit pikachu visier und die auch jeweils als shiny natürlich vermehrt dann auch bisersamen im pflanzenhabitat glumanda im feuerhabitat schiggy im wasserhabitat ihr habt also gerade bei feuer wasser und pflanze sozusagen jeweils zwei neue shinies zum glück sieht man nicht dass ich eine drei halte also zwei neue shinies nehmt es mit nehmt es alles mit ihr habt event eier ihr könnt sieben kilometer eier ausbrüten die nur 3,5 kilometer brauchen ihr habt hier natürlich viele babys dabei p2p fluveluf togepi azuril haspiror flaxo wir wissen ja hier shiny 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 mamfaxo nicht shiny flecknuil shiny vonera nicht riolu shiny evoli shiny knospi shiny klingplim galazickzacks mauzi flampion porrenda flunschlik auch nicht shiny aber trotzdem für viele noch interessant ich habe gesehen erst vor ein paar tagen hat jemand gepostet hä was ist das denn und wo kriegt man das denn her weil er nicht mitgekriegt hat dass es schon galazickzacks gab die ganze zeit aber das war wieder in facebook auf so einer gruppe ihr habt also viele babys aus den sieben kilometer eiern und vor allem auch riolo nochmal riolo richtig heftige sache dann gibt es aktionsboxen wo ich gleich anmerken muss die ganze zeit gab es immer so 14 raidpässe dann mal 15 raidpässe dann habe ich gewartet auf 16 raidpässe plötzlich hatten wir 17 raidpässe und jetzt gibt es eine hyperbox mit 20 raidpässe drin auch für 1480 und das ist richtig cool die werde ich mir auf jeden fall ein paar mal holen dann habt ihr hier sticker zum go fest eine auswahlexklusiver sticker die ignorieren wir jetzt einfach mal komplett dann nochmal den zeitplan der hat sich nochmal geändert irgendwie hat es mit kampf eigentlich angefangen aber mittlerweile fängt es mit pflanze an pflanze kampf freundschaft feuer wasser pflanze kampf freundschaft feuer wasser ihr wisst also tangela jagen äh hier vermikula jagen flecknoil jagen funifras jagen und baldorfisch jagen und dann das ganze nochmal so die boni außerdem gibt es aufgaben die nach dem erledigen boni für den rest der stunde freischalten kampf kämpfe in einem raid dreifache ep und dreifachen sternstaub in raids okay bei freundschaft verschicke geschenke sonderbonbons in geschenken bei feuer fange feuer pokemon keine ahnung wasser lange großartige würfe lande ne lande okay erhöhte bonbons und bei pflanze benutze bären beim fangen von pokemon erhöhte ep der Adi frisst gerade meine hand rum Adi jetzt sind auch nochmal die pokemon aufgelistet die in den einzelnen habitaten kommen und ich muss jetzt schon sagen ich glaube das äh Kampfhabitat ist wohl glaube ich das brutalste ihr habt rollo dabei ihr habt ratini dabei ihr habt kaumalat dabei und ihr habt flunschlick dabei hey da ist eins heftiger als das andere aber hier auch shiny 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 alles ist shiny außer flunschlick flunschlick war ein spaß ne habe ich mich gerade vertan nein also alles was ihr hier seht kann das ist aber cool kaumalat ratini machrollo alle in einem pack ne nimmt man gerne mit dann die pokemon im freundschaftshabitat die habe ich mir noch gar nicht angeguckt da war ich dann schon unter der matte pikachu pipi bummelow chanera merrill togetik relaxo ewoli mogelbaum wohin genau mantax roselia flecknuil barschwar relaxo ich denke mal das seltenste beim Kampfhabitat wird wohl das kaumalat sein das seltenste beim Freundschaftshabitat wird wohl das relaxo sein aber auch hier cool wieso relaxo Freundschaft auf die dicke ne dicke Freunde aber hier auch vieles was shiny sein kann theoretisch müsste alles shiny sein können bis auf relaxo togetik und mantax ihr seht also überall so viel shiny abzugreifen dann habt ihr das feuerhabitat wo ihr auch das glumanda drin habt mit dem visier ihr könnt glurak wild bekommen dann habt ihr hier wulbix ponida alola knocker haben wir ja freigeschalten magma flammara wild und duster flemmlika maub floing flambion was einige auch noch richtig cool finden so wild zu bekommen lichtl natürlich und shiny furnifras hier auch vieles was man shiny bekommen kann bei glurak weiß ich nicht ob man den wild als shiny bekommt aber was es auf jeden fall noch nicht als shiny gibt ist wulbix kamaub floing flampion und lichtl ansonsten habt ihr hier trotzdem auch richtig coole pokemon drin und alle schön rot gehalten sozusagen dann das wasserhabitat auch hier gibt's turtuk wild zu fangen auch richtig brutal schicke da fehlt aber das visier so was ist sonst noch cool hier nix keine ahnung wasser pokemon ein paar carbadore farmen ist okay lampidas shiny ist cool baldorf ist jetzt neu perlu gab's in raid ach perlu gab's in quest day marmolita macht man auch nix mit finde ich bis jetzt sieht das wasserhabitat irgendwie am langweiligsten aus und dann haben wir hier noch pflanze mit ähm wieso haben sie da kein wildes aquaner mit reingepackt wenn sie schon hier auf ihre auf ihre äh komischen evoli entwicklungen gehen denn auch bei pflanze habt ihr bisasam bisaflor okay dann das tangela natürlich was wir alle äh brauchen und haben wollen ihr habt fullipurba sogar wild kastatur natürlich nochmal was es auch als weltforschungs durchbruch gab auch hier äh was ist nicht als shiny im spiel hm kenoso serpifoi tarnpignon kastatur rest gibt's in dem sinne als shiny ich glaub ihr habt ja auch die meisten pokemon 3 4er reihen hier fehlt nämlich 2 zu 4er reihe hier fehlen auch 2 zu 4er reihe hier fehlen 2 zu 4er reihe oh und da fehlen 3 zu 4er reihe kampf hat die wenigsten pokemon wenn man das so sieht aber ich bleibe dabei Wasser hat naja die schwächsten pokemon die uninteressantesten für mich da eigentlich nur interessant baldorfisch und shiggy wegen den shinies na gut hier ist eigentlich auch nur tangela und bisasam für mich interessant wegen den shinies hier hätte ich trotzdem bock auf alola knogger auf lichtl auf flampion auf furnifras und auf glumanda natürlich hier hätte ich bock auf relaxo mogelbaum fleck noil noch ein starkes großes roselia wäre auch ganz nett ne noch egal und hier natürlich wie immer hier nehmen die alles mit einfach vermikula kaum alat glibungel auch richtig cooles shiny dratini mitgenommen mach holo mitgenommen von panzer ehrer noch mal so oben drauf ihr seht das ist also so heftig also da gibt es so geniale dinge die globalen herausforderungen da wird auch noch mal hier was dazu geschrieben plus die spezialforschung da gibt es zwei extra beiträge details der spezialforschung willkommen und am zweiten tag schnurstracks zum sieg was genau bei den spezialforschungen aber dann kommt dazu möchte ich jetzt wirklich nichts sagen da gibt es ja auch noch extra artikel wie gesagt ihr solltet nur wissen welche pokemon ihr ungefähr in den habitaten bekommen könnt damit ihr schon mal euren favoriten rauspicken können damit ihr wisst was shiny sein kann damit ihr gezielt da die anklickt die ihr braucht die shiny sein können damit ihr die neuen shinies mitnehmen könnt nicht dass ihr denkt ach furnifras habe ich doch schon 200 brauche ich nicht nehmt es mit gibt es shiny dann die die kognitos natürlich die kostümierten pokemon die neuen äh brütet ein paar eier nebenbei macht ein paar schnappschüsse nehmt rotom mit freut euch auf viktini aber das hier das sieht einfach am heftigsten aus das das sieht so genial aus diese auswahl ich bin gespannt was das wird ich freue mich wie gesagt auf 10 uhr aber ich glaube ich muss mich trotzdem noch mal hinlegen auch wenn ich jetzt überhaupt gar nicht mehr müde bin egal was ist euer lieblings shiny von dieser auswahl und was ist euer lieblings habitat jetzt wo ihr die pokemon auswahl kennt beziehungsweise welches habitat findet ihr am schwächsten schreibt es mal in die kommentare das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim go face oder auch nicht bis zum nächsten mal ich weiß auch nicht ich glaube ich mache zwischendurch dann keinen stream wenn dann mache ich einen vielleicht abends am ende um zu gucken wie die ausbeute ungefähr war aber ich muss durchziehen junge wie so einfach durchziehen das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses bis